Guten Morgen, wir sind jetzt auf dem Weg ins Gym. Mal sehen, was da so geht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hallo, wir sind jetzt hier beim Indoor Surfen. Da geht es jetzt gleich rund, würde ich sagen. Ich glaube, die Anna zeigt uns, wie es geht. Die hat es schon mal gemacht. Die hat es schon mal gemacht. Ich glaube, 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 die hat es schon mal gemacht. Mein Name ist schon mal. Ja, das ist schon mal. Ich glaube, die hat es schon mal gemacht. Das ist gut. Wir sind bereit. Okay, wir sind hier. Wie ist es über dieses Channel? Es war ein sehr guter Challenge. Es war ein sehr, sehr schnell. Ich aime Team Starts machen. Ich habe es gefühlt. Aber die letzte Maske war zu müssen. Die letzte Maske sind so schwer. Was für dich? Aber ich glaube, es war fair. Ja, es war fair. Ja, definitiv. Es war so viel Spaß und ich denke, es ist eine große Inspiration für alle Mädchen da draußen. Ich hoffe so, dass sie mit strength-training starten, dass sie auf sich arbeiten und mit strength. Weil es ist so viel Spaß und es ist toll, die Progresse zu machen. Strength-training und Aristonien, es ist so viel Spaß. Danke dir. Super motivativ. Vielen Dank für diesen Kanal. Danke für dich. So, dritter Tag in Berlin. Wir haben jetzt Samstagabend, wir gehen jetzt gleich was zu essen. Ziemlich anstrengender Tag heute, aber richtig coole Sachen gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, der Berlin-Vlog. Und ja, kommentiert gerne. Und natürlich nicht vergessen, meinen Channel zu abonnieren. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Alles klar.